guten morgen liebe zuschauer zum dax check heute dem letzten der handelswoche ja die stimmung wechselt im moment sehr schnell sehr sprunghaft gestern waren wir wieder über 16.000 punkten heute schaut die sache wieder deutlich unfreundlicher aus die ersten indikation sehen den dax bei 15.900 punkten gestern abend in amerika hatten wir wieder deutlich fallende kurse gesehen vor allem im tech bereich und das hat sich dann auch im laufe des handelstags auf den gesamtmarkt eben ausgeweitet und entsprechend dürften wir auch eben schwächer in den handelstag starten wir schauen uns mal an was das aus charttechnischer sicht zu bedeuten hat hier noch mal das alte hoch von august bei 16.030 punkten da waren wir exakt dran gestern mit den schlusskursen aber wie gesagt wir werden heute schwächer eröffnen und damit besteht natürlich die gefahr wieder dass wir diese diese unterstützung hier beginne mal hier mit der mit der linie im bereich 15.008 möglicherweise wieder anlaufen auch die 200 tage linie rück näher bei 15.600 so weit würde ich jetzt mal noch nicht gehen aber es bleibt fragil sap heute morgen mit einem deutlichen kurs plus zumindest mal vorbörslich was den markt noch stützt bei 15.920 zählern sonst wird das ganze noch noch ein bisschen schwieriger ausschauen aber das ganze bleibt wie gesagt sehr sehr auf dünnem eis was das thema steigende kurse betrifft wir für unseren teil haben uns entschieden wie angekündigt ein inline produkt wiederzunehmen einen inline optionsschein von der société sf5 xbs 15.000 ist die barriere unten 17.400 oben der schein ist etwas gefallen auf 662 weil wir uns von der mitte etwas weg bewegt haben die mitte ist bei 16.200 punkten das heißt je mehr wir in richtung süden in richtung unterer barriere fallen desto weniger wert wird der schein aber bei einer laufzeit bis bis märz sind wir eigentlich ganz zuversichtlich dass wir hier 10 euro zurückbekommen hier nochmal der letzte stand 15.905 wie gesagt es bleibt schwierig für die anleger heute nachmittag die ersten quartalsbilanzen aus amerika die banken fangen an und ich gehe mal ganz schwer davon aus dass die sehr stark aus ausfallen werden die zahlen ob sie dann auch noch die flüster schätzungen übertreffen werden das müssen wir abwarten das war's wünsche ihnen gute kurse schönes wochenende und bis montag ciao